Der nächste Redner ist Michael Hammer von der ÖVP. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Frau Bundesministerin, Hohes Haus. Ja, wir diskutieren ein Thema, das wie viele andere in der Öffentlichkeit völlig falsch geführt wird, mit relativ viel Emotion. Und wo die Bundesregierung, und das ist auch der Grund, warum die Zustimmung zur Bundesregierung gegenwärtig so hoch ist, weil wir ganz konsequent die Dinge so durchziehen und auch so einhalten, wie sie gesetzlich und rechtsmäßig geplant sind. Und in diesem Fall werden zwei Dinge einfach ganz einfach vermischt, die man in der Grundlinie auseinanderhalten muss. Das eine ist der Asylbereich und das Asylverfahren. Und das zweite ist der Bereich der Niederlassung und des Ausländerbeschäftigungsgesetzes. Und in diesen Fällen muss man ganz klar sagen, die Asylverfahren sind so durchzuführen, wie es unsere Rechtsordnung vorsieht. Und zum anderen auch, wie es die Genfer Flüchtlingskonvention etc. vorsieht. Und wir haben, und Herr Kollege Lorca, das wird gemacht. Und dort, wo keine Fluchtgründe vorliegen, gibt es halt einen negativen Asylbescheid. Unabhängig davon, ob derjenige gerade in einem Leerverhältnis ist oder nicht. Warum sie Leerverhältnisse sind, ist mit einer Änderung des Batensteinerlasses aus 2016 zu begründen, wo man das, was ursprünglich für Saisoniers grundsätzlich geplant war, halt auch für die Lehre geöffnet hat. Und wir reden hier von diesen Fällen, wo aufgrund der Bestimmungen im Asylbereich negativ beschieden wird und daher eine Außerlandesbringung oder kein Aufenthaltstitel mehr gegeben ist. Und wir reden nicht von denen, der Kollege Wurm hat das gemacht, die grundsätzlich positiv beschieden sind, die asylberechtigt sind, weil die können ganz legal ihre Lehre machen und auch entsprechend durchführen. Und der Erfolg, der Erfolg, der Erfolg dieser Bundesregierung ist es einfach. Und daher haben wir diese Asylproblematik in den Griff bekommen. Jeder sagt, wir wollen keine Situation mehr auf den 2015. Ja, warum gelingt es uns, dass es nicht mehr so eintritt, weil wir viele Pull-Faktoren entsprechend abstellen. Und wenn wir Ihr Modell des 3 plus 2 beschließen würden, ja, die Schlepper würden sich in die Fäuste klatschen und relativ schnell sagen, ihr braucht nur nach Österreich kommen, einen Lehrvertrag unterschreiben und dann könnt ihr dort dauerhaft bleiben. Genau das wollen wir nicht, weil wir konsequent das Asylverfahren durchführen. Und man soll nicht die Dinge vermischen, sondern man soll die Problemstellungen, die es gibt, konsequent auch bearbeiten. Und die Bundesregierung macht das entsprechend. Asylverfahren ziehen wir durch. Und der zweite Bereich des Fachkräftemangels, dem muss man sich gesondert widmen. Und es wurde schon angesprochen, da gibt es natürlich verschiedenste Möglichkeiten, wo man gezielt auch als Facharbeiter zuwandern kann. Und da gibt es auch im Regierungsprogramm eine Festlegung, dass man da auch für Lehrlinge entsprechend in Mangelberufen eine Regelung trifft. Das ist aber ein anderer Bereich wie das Asylverfahren. Und im Wesentlichen muss man sich auf das konzentrieren. Und was noch dazu zu sagen ist, es wird immer getan, wie wenn diese einzelnen Asylwerber, die negativ beschieden werden, unseren Lehrlingsmangel und Fachkräftemangel bereinigen. Ich habe schon gesagt, es gibt sehr viele Asylberechtigte und es gäbe auch in Europa, und da gibt es die freie Niederlassung bei Mitgliedsländern der EU, es gibt in Spanien eine Jugendarbeitslosigkeit von 60, 70 Prozent. Auch das wäre eine Zielgruppe, und da gibt es auch Projekte, wo man ganz gezielt Fachkräfte und Lehrlinge hier in Österreich machen kann. Die Vermischung zwischen Asyl- und Arbeitsbereich ist nicht zulässig. Und Sie dann da mit einzelnen Felden ein Problem skizzieren, das wir nicht haben. Klare Linie bei allen Bereichen, dann werden wir die Probleme lösen. Und nicht da wieder Tür und Tür öffnen, wie Sie das vorhaben, nur weil das emotionalisiert wird. Das bringt uns nichts, und das lehnen wir auch ab. Das war Michael Hammer von der ÖVP.